Hallo! Und dann habe ich meinen Eltern erzählt, dass wir uns auf der Zugigen Vesper dauernd erkälten. Und da hat mir meine Mutter hier einen Flitzer gegeben. Ganz von sich aus. Natürlich nur leihweise. Leider. Alles klar, du hast also wieder gejammert. Ich habe überhaupt nicht gejammert. Aber meine Eltern wissen ja, was du verdienst. Oh, ich glaube, das ist schlecht. Riech mal. Ja, wenn du das doch offen rumstehen lässt. Ja, wo soll ich es denn hinstellen? Der Kühlschrank ist voll. Ja, stell die Flaschen raus, dann ist er groß genug. Aber ich glaube, ich habe noch Nudeln. Nudeln kann ich auch in der Kantine haben. Dann solltest du mir Joghurt anbieten. Das war bereits mein berauschenes Mittagessen. Auch noch wählerisch.